Nur selten besuchen Menschen diesen Ort. Wir sind heute hier in der Kommandeurbucht zusammengekommen, um ein paar Minuten innezuhalten. Wir gedenken Vitus Bering, einem der berühmtesten Seefahrer seiner Zeit. Seinen Seeleuten und sonstigen Teilnehmern seiner zweiten Kamtschatka-Expedition. Vitus Bering wurde am 12. August 1681 in Horsens in Dänemark geboren. Sein Vater war Zollinspektor. Verschwertendes Vorankommen der St. Peter. Die Seeleute litten zunehmend ans Korbut. Sie waren nicht mehr in der Lage, Segel zu reffen oder zu hissen. Bering's erster Offizier, Sven Wachsel, schrieb in sein Tagebuch. Unser Schiff trieb wie ein Stück totes Holz im Wasser. Ohne Führung warfen Wind und Wellen uns umher. In dieser Situation kam am 4. November 1741 Land in Sicht. Dankbar redete man sich ein, dies sei Kamtschatka. Aber bald wurde deutlich, dass man auf einer unbewohnten Insel gelandet war. Der Naturforscher Georg Wilhelm Steller half, die Überwinterung zu organisieren. Von 77 Besatzungsmitgliedern kehrten nur 46 im nächsten Jahr nach Kamtschatka zurück. Vitus Bering starb im Alter von 60 Jahren am 8. Dezember 1741 hier in dieser Bucht auf der Insel, die heute seinen Namen trägt. Georg Wilhelm Steller war voll der Bewunderung für Bering und dessen Selbstkontrolle, seine ernsthafte Vorbereitung auf den nahenden Tod. Bis zum letzten Moment sei er bei Verstand gewesen und habe auch noch sprechen können. Denken wir also einen Moment an Vitus Bering und seine Mitstreiter, die ihr Leben eingesetzt haben, um weiße Flecken auf den Landkarten zu füllen, um Unbekanntes bekannt zu machen, die wagemutig den Elementen trotzten und ihre Segelschiffe immer wieder aufs Neue durch ihnen fremde Gewässer steuerten. Erheben wir das Glas auf Mut, Ausdauer und Organisationstalent von Vitus Bering.